so hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria wir starten einfach mal Prozent in meinen Lieblings Play Welt und letztens hat mir eine lange Folge mit der Cloud in the Bottle bekommen Fakten von Futter Charakter und Starry so hat sie sich als erlittert und es will nennen als das mal hatten wir beim Amethyst Toc Klopp Klotten Bottle und Untergrund Dschungel und ich musste verdammte Axel nur am Rumpf suchen und ich in diesen letzten Lever so waren diese Let's Play aus mir ich bin ein Monster nein ich bin kein Monster ah Bomben geil geil Schlick hier irgendwo halt nicht wo ich möchte die Werken bestellen Erkunden ich möchte mal nach ganz rechts an den Rand jetzt da wir unser geiles Schwert haben und keine Fernkampfwaffe wird nicht schief gehen denke ich mal Bordoppelsprung ist so geil ich finde ich hätte in real life ein Doppelsprung ah ist das laut hallo kann ich nicht abbauen entschuldigung mein Gott da ist ein Fieser Fiecher Lauf 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 ich nenne es jetzt einfach mal die Bloody Welt Läck mich 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 go 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 beall dich oh mein Gott sei gut 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 los schneller 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 biscuits lassen pä många ich hoffe ich habe mir Vormsitz an wäre blöd wenn nicht und übrigens ich hab jetzt auch Facebook und Twitter ja Facebook und Twitter habe ich jetzt mal eben so erstellt ey so nebenbei angemerkt nein du kannst mir nicht weiche von mir du auch leck mich Eierwertebral und hier bin ich letztens gestorben Schatz umelisk der Peiniger ach leck mich doch scheiß mal auf Spinnen normales Gebiet Zucker Kommer Kommer Kiko Lebe wenn ich raus aber die Musik ist episch muss sagen voll überdramatisiert wo haben wo auch und soll nicht immer in den Reilauf ich muss meine Steuerung auf der umsteuert der Blume so 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 auch von meiner Poliz die Fingler hat mich dabei aber ich ja gemacht der Freist Facebook und Twitter Hauptmann kann es ja oh aber meine Freunde mit meinen um video vorhanden Hertha Ullo ich bin schon hier pro Woche H quedd Kiefen competition Prozent ich glaube ich kann sich aufbauen ha ha trollo in Ansonsten werden wir auch noch machen für die die sich wissen das ist der Röntgen Holzleining Fähigkeiten er zu wollen sagt mach schneller mach schneller ich hab's immer noch nicht ich glaube ich werde Audio Einstrom noch nicht umstellen in diesem Spiel wir kommen schon an den Strand und als Ende der Welt also wir haben uns eine kleine Wärterstelle weil wir recht schnell ans Ende der Welt kommen und da ist Goblin Scout muss töten Leck mich Pam in your face wir haben Tethered Cloth bekommen nicht los Kloth und damit können wir uns was tolles machen aber doch da unten ist noch LED aber doch da unten ist noch LED naja gut hoch leck mich hoch hoch Steppenkopf Wasser hin ne was sagt er hoch da stehen Kiste gut all wie viel Geld haben wir wir haben den Hard Flipper bekommen dann können wir uns anziehen und dann können wir im Wasser schwimmen die leckt mich ihr Lutscher aber dann müssen wir Lehrtaste spenden voll cool eigentlich a a a steam Geräusch oh mein Gott was ist das was ist das was ist das ein ein Skritte ein Skritte was tropft das wird Black Ink Black Ink Black Ink Bitches Bitches Farbe 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 holy shit Ah ja, hi. Ah. Mein Arm tut weh. So, mal nebenbei. Alles nebenbei bemerken. Ich würde sagen, wir bauen das Haus um. Nein. Ähm. Ja, hui, das nimmt nicht auf. Ah. Ah. Ähm. Gratz. Terraria auf. Okay, ich hab Terraria geschrieben. Vielenfalls baue ich das Haus um. Tschüss. Weg. Warum ne Spau jetzt ein Mega-Hütter, ey. Äh, ich brust ein. Stein, 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 da, Stone. Doch zuerst. Quicksteck und Quicksteck. Und wir haben zwei goldenen Schlüssel. Yay. Die brauchen wir später erst. Boah, jetzt so auf. Äh, warte. Hab. Facebook. Lutscher. So. Ja, ich beteilte meinen Freund als Lutscher. Lasst mich. Ähm. Boah, hör auf mit mir zu schreiben. Ich nehm. Doch. Auf. Mann. So, leck mich. Schreib zu Ende. So. Dieser Hurensen. Alter. Ja, krieg dich wieder ein. 38 FPS, 41 FPS, 93 FPS. Hallo. Äh, ich würd erst weiter bauen, wenn Tag ist. Hallo, funktioniert doch mal. Terraria läuft so nicht flüssig, wenn... Wenn's... Wenn's... Leckt. Boah, wenn's leckt, ist es nicht flüssig. Genius. Also, ich fang dann schon mal mit dem Grundriss an. Kann man sich auch noch was anderes bauen? Ups, kann ja da hoch. Äh, Feth. Sag mal was, kann ich so alles auf Stein bauen? Crafting, Stone. Asphalt, Graybrick, Silverbrick. Blablabla, bla, bla, bla. Palladium Bubblegum. Lol. Ochikalumblock da. Nigga. Okay, ich mach mir jetzt ein paar schöne Steinblöcke draus. Weh, das geht nicht. Ach, da. Das sollte fürs Erste reichen. Ist so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Mir mag's gerade nicht gefallen, dass Terraria nicht flüssig läuft. Boah, es ist voll rot, hey. So. Es ist wenigstens schön hell. So. 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 Ähm. Wo ist denn mein... Dat? Da, dat. So. So. Okay. So. So. So, da ist die Öcke. dann wollen wir das mal so hoch das ist nur die erste Etage und dann geht's noch zu so man jetzt auch hoch und so weiter und so fort ich wechsle oft zwischen diesem ja dann geht's so hoch und diesem ja so also so spreche ich mehr oder weniger normal wenn ich krank bin hammer macht alles fertig voller über pro hammer ich nehme aber nur terraria auf ich sehe gerade dass wir 30 minuten haben also ich würde sagen ich mache jetzt schluss dann nehme ich die nächste folge auf und so weiter und so fort also dann tschüss bis zum nächsten mal haut raus bis zum nächsten mal